Wie kann ich das, was mich im Herzen berührt, einbringen auf geschickte Weise? Es gibt auch einen Vers in der Bhagavad-Gita, der sagt, Yoga ist geschick im Handel. Da muss man manchmal von Abstand nehmen, die Alles-oder-Nichts-Philosophie. Entweder ich kann jetzt alles radikal ändern oder ich mache lieber nichts, um näher zu überlegen, wie kann ich vielleicht mindestens etwas von dem, was ich im Herzen spüre, was gut wäre, jetzt einbringen, um meinen Teil zu leisten zur Transformation. Auch nicht warten, bis sich die Rahmenbedingungen ändern, auch nicht schimpfen. Obgleich schimpfen manchmal auch hilfreich sein kann. Und über dem Schimpfen so ein bisschen dachte ich, man sollte nicht schimpfen. Aber irgendwann habe ich mal gelesen, dass wenn Menschen über etwas schimpfen oder über jemanden lästern, das verbindet Menschen miteinander. Seitdem, wenn ich höre, dass jemand über mich gelästert hätte, früher hat mich das geärgert, jetzt denke ich, ist toll, ich kann zur Gruppenzusammengehörigkeit beitragen, ohne einen Finger zu rühren, in dem Leute über mich lästern, ist auch toll. Aber man sollte sich nicht auf lästern und schimpfen beschränken, sondern man sollte schauen, was kann ich ändern und was kann ich beitragen. Herzlich willkommen,